Ich bin mir nicht sicher. Heidi Klum. Nein, das ist falsch. Aber ich denke, wir geben dir noch eine zweite Chance. Dem Patrick. Noch mal? Ja, und jetzt geh mal richtig ran. Pack mal richtig, dass du auch was spürst. Los, komm. Ja. Und, willst du was? Ja, Naomi Kempel. Nein, das ist leider auch falsch. Giselle Bündchen wär's gewesen. Ja, schade. Wette verloren. Aber mach dir nichts draus. Wettkönig hättest du eh nichts werden können. Es ist ja auch die Kinderwette. Zu Hause hat's immer geklappt. Tja, Mutter fühlt sich eben anders an.